Oh, Sie haben einen Schlüssel. Wo haben Sie den her? Ich bin die neue Mieterin der Wohnung im fünften Stag. Mein Name ist Jane Emlin. Schön hier, findest du nicht? Ja, es ist ganz nett. Ich will die Wohnung nicht untervermieten, Greg. Wir haben doch ein Haus für uns gefunden. Ich will doch nur ein wenig Freiraum für mich. Ist das so schlimm? Mr. und Mrs. Bryant wohnen im zweiten Stock. Und im dritten wohnt Mr. Collins. Das ist immer die große Preisfrage. Was geht Ihnen in Köpfen anderer Leute vor? Wer ist der Mieter unter mir, der mit den vielen Müllsäcken vor der Tür? Im vierten Stock? Jane. Sie haben nicht Probleme mit Mäusen, sondern eher mit Ihren Nachbarn. Hallo? Niemand glaubt ihr ein Dorf, Jane. Top! 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 Oh mein Gott. Top! Oh, 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 oh.